Liebe Zuschauer, der Markt, genauer gesagt, der DAX hat diese Woche mit einer Erholung begonnen. Wo könnte die noch hinlaufen? Was sind die Hintergründe? Darüber rede ich jetzt mit Robert Halver von der Baader Bank. Ich grüße Sie. Herr Halver, ich habe es gerade schon gesagt, eine Erholung. Immerhin, letzten Freitag war es ja dann doch ein bisschen wackeliger hier geworden. Die 13.000er Marke hat auch nicht gehalten. Jetzt haben wir heute schon den IFO gesehen. Ist der jetzt für die gute Stimmung verantwortlich? Wir haben ja zwei Dinge. Die negative und die positive Seite. Die negative Seite sind die wieder hohen Infektionszahlen. Das liegt aber auch daran, dass durch deutlich mehr geprüft wird und getestet wird. So viel getestet, wie im Augenblick wird, weltweit noch nie vorher. Das heißt, es müssen noch mehr Fallzahlen geben. Das andere ist natürlich dann die konjunkturelle Seite, die positive. Die frühen Dikaturen, auch die Berichtssaison läuft vielleicht nicht so schlecht. Und der von Ihnen gerade erwähnte IFO-Index kommt besser rein als erwartet. Ich habe immer gesagt, die IFO-Daten lügen nicht. Da kann man jetzt eine Analogie zu einem Schlager von Michael Holm aus den 70ern. Den Lügen nicht auch ziehen. Nein, die IFO-Daten sind stabil. Und wenn die IFO-Daten jetzt auch, was die Erwartungen angeht, zum dritten Mal in Folge sich steigern, ist das ein Trend. Eine Enttäuschung darf es nicht geben. Kein großer Lockdown. Aber kulturell, das sagt auch die Bundesbank immer sehr vorsichtig, ist das Schlimmste haben wir hinter uns. Kulturelle Art. Also Sie sagen, das Schlimmste haben wir hinter uns. Weil zuletzt gerade aus den USA, wenn wir uns anschauen, die Arbeitsmarktdaten letzte Woche, also sprich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, da hat man ja gesehen, okay, ganz so einfach wird es doch nicht mit der Erholung. Also insofern ist, wie wackelig ist dieses Szenario auch? Kann es sein, dass die Börse trotzdem einfach schon zu weit vorgaloppiert ist und die Wirtschaft damit nicht schritt hält? Ja, die Börse ist eigentliches Frühstück, das kann man schon sagen, eine gute Nachricht. Wir haben ja einen massiven Kaltstart international der Fiskal- und der Geldpolitik, um das, was wir 2008 hatten, nach der Finanzkrise möglichst kurz zu halten, diese Rezession. Aber das geht ja nicht im Schweinsgalopp, weil einfach natürlich viele Geschäfte zu sind oder die Stimmung nicht so gut ist. Aber wir sehen ja auch, dass gerade in Amerika im Wahlkampf natürlich jetzt nochmal nachgelegt wird. Es ist ja interessant zu hören, dass die Demokraten durchaus mit einem weiteren Konjunkturpaket in Höhe von drei Billionen Hausieren gehen. Da muss ja Trump natürlich auch nachziehen. Er möchte ja auch wiedergewählt werden. Also das Thema Kaltstart wird weiterhin da sein, so lange bis die Konjunktur wirklich läuft. Und da ist ein neuer hoher Schuldenstand völlig gleichgültig. Und da schauen wir natürlich diese Woche auch auf die US-Notenbank. Denn auch da hofft man ja wieder, dass in irgendeiner Weise dann doch quasi Konjunkturpakete wieder mit im Gepäck sind. Wir sind auf jeden Fall in der Dauerrettungsschleife. Herr Paul, der FED-Chef wird weiterhin stützen. Und wir haben ja auch bei der FED die Diskussion über Yield Curve Control, dass man also versucht, die Renditen am langen Ende nicht nur kurzfristig auf ein bestimmtes Niveau zu bringen. Überlegen Sie, wenn Herr Paul sagen würde, ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt bei der Herr Paul, dass die zehnjährigen Renditen in den USA bei Null richtig wären. Allein diese Aussage wäre so ein starkes Signal, dass sie auch über die gesamte Strukturkurve nach unten gezogen würden. Und dann wäre natürlich die Refinanzierung der amerikanischen Staatsschuld dann gar kein großes Problem mehr. Es wird die FED zu 100 Prozent dann zur Not übernehmen. Und damit, wenn wir ein bisschen Inflation haben, kann man über Inflation auch die Schulden wieder dann entspannen und quasi wegfressen. Das hat Amerika ja immer gerne gemacht nach Weltkriegen, also wenn die Inflation höher ist als der Zins. Also das läuft weiterhin. Nochmal wichtig das Thema Kaltstart, der Konjunktur kostet, was es wolle. Und das kommt natürlich durch den Aktienmarken dann gut an. Jetzt hatten Sie schon gesagt, es ist ja auch Wahlkampf in den USA, weil man hat zuletzt das Gefühl gehabt, dass gerade die Spannung in den USA-China eben auch wieder sehr, sehr deutlich zutage treten könnte, dass jetzt im Wahlkampf quasi noch verschärfend werden. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eher verbal-erotische Art ist. Herr Trump hat keine Lust, auch die Chinesen auch nicht, einen massiven Handelskrieg zu machen, weil das ja die eigenen Aktienmarkt werden negativ auch treffen würde. Es gibt auch viele multinationale Konzerne in den USA, die gerade auch auf den Welthandel angewiesen sind. Das ist also eigentlich nur sehr viel heiße Luft. Ich glaube nicht, dass das scharf wird. Das sähe anders aus, wenn er wiedergewählt wird. Dann kann er dann seine Denkmäler aufbauen. Aber ich denke jetzt vor dem Wahlkampf ist das nur Getöse. Da wird man außerdem geplänkelt, mein Konsulat schließen, nicht viel machen. Und zur Wahl kann man sagen, Herr Trump hat keine Chance wie 2016. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Auch eine Überraschung vielleicht für den einen oder anderen, der Goldpreis ist mal eben auf ein neues Rekord hochgeklettert. Was für ein Signal sendet das jetzt für Sie? Normalerweise sagt man ja dann auch, okay, wenn der sichere Hafen gesucht ist. Das würde ja aber eher von höheren Unsicherheitsfaktor sprechen. Ja, der sichere Hafen ist im Augenblick nicht der US-Dollar, weil die Amerikaner ja einen gewissen Kulturkampf haben, wenn man auf die Straßen zum Beispiel von Portland schaut. Also die Stabilität ist nicht da. Und der Trump macht im Augenblick auch nicht die beste Figur. Da sucht man den sicheren Hafen noch mehr. Das ist jetzt Gold. Liegt auch daran natürlich eine Währungssituation, US-Dollar und Euro. Und wir haben natürlich weltweit eine Schuldsituation, die ist ja noch schlimmer als vor der Corona-Krise. Und da war sie schon verheerend. Jetzt setzen wir eins drauf. Wir brauchen also jetzt die Stabilität, die Sicherheit. Und wenn es keine Zinsen mehr gibt und immer weniger Zinsen gibt, wir haben eben von den 0% und bei 10-Jährigen gesprochen in den USA, was durchaus, wie ich finde, möglich ist, dann brauche ich eine Ersatzbefriedigung. Und Gold ist etwas, was die Herzen beruhigt, was Freude macht. Das kann durchaus noch etwas weitergehen. Irgendwann nicht dramatisch, dass wir jetzt gar kein Halten mehr haben, weil natürlich ein starker Goldpreis auch dazu führt, dass vielleicht die Geldakzeptanz verschwindet. Womit wir die Schulden wieder finanzieren. Aber Gold sollte man unbedingt haben. Also Gold, sagen Sie, sollte man unbedingt haben. Jetzt ist da noch ein weiteres Thema, was gerade natürlich ganz klar auch die Märkte bewegt. Zum Teil Impulse setzt die Berichtssaison. Einiges haben wir schon gesehen. Bei dieser Berichtssaison waren aber vermutlich die Erwartungen auch so tief gestabt wie noch bei keiner zuvor. Was ist bisher so Ihre Zwischenbilanz und was erwarten Sie noch? Sie haben es selbst gesagt, die Erwartungen waren nur ein bisschen oberhalb der Grasnarbe. Man konnte sie nur übertreffen. Aber was wichtig ist, ist der Ausblick und der ist schon etwas stabiler. Auch nicht, dass man Hurra schreien müsste. Aber er ist stabiler. Es wäre jetzt verwunderlich, wenn nicht, wenn fast alle Frühindikatoren nach oben zeigen. Gut, die können enttäuschen werden beim Lockdown, aber das will die Politik ja sicherlich nicht. Da gehe ich davon aus, dass allmählich auch sich die Soft-Konjunkturdaten, in harten Konjunkturdaten, in tatsächlich bessere Industrieproduktion, besseren Aufträgen dann auch niederschlagen werden. Auch wenn wir im Herbst sicherlich eine Unternehmenspleitewelle sehen werden. Und das wird dem Aktienmarkt dann sicherlich auch fundamental helfen. Die Kraft von der Liquiditätshorse hat er ja. Und das ist wirklich ein Turbo. Porsche, Ferrari, was es alles gibt. Audi, BMW, Daimler, habe ich es alle ja. Aber jetzt kommt eben die fundamentale Kraft auch noch dazu. Das heißt, die fundamentale Straße ist auch so stark, dass der Porsche noch schneller fahren kann. Weil man, nochmal, es ist immer dasselbe, die Wirtschaft soll kalt gestartet werden. Und es wird dem Aktienmarkt dann zugutekommen. Das ist halt ein Crash, sehe ich nach wie vor überhaupt nicht. Jetzt eben über Sommermonate vielleicht ein bisschen Volatilität mehr. Ja, okay, kann es mal nach unten rutschen, aber eben kein Crash. Aber der Aktienmarkt wird, wie ich finde, Ende des Jahres höher sein als jetzt. Also Sie sagen höher als jetzt. Ich schiele mal gerade, wo wir im Moment stehen. Jetzt sind wir gerade mit einem Plus von 0,5 Prozent unterwegs. Aber wie gesagt, letzte Woche hatten wir die 13 auf einmal wieder geknackt. Und spricht dafür die Volatilität, die Sie gerade ansprachen. Aber was denken Sie, wo könnte dann der Markt Ende des Jahres stehen? Also genau wie gesagt, Herr Dachs. Ja, da kommt die wichtige Frage. Also neues Allzeithoch ist jetzt nichts Dramatisches. Vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es wird ja schon reichen. Wir müssen auch sehen, dass im Dachs ja einige auch durchaus Eier sind, die vielleicht nicht so reif sind, so Güte Klasse A sind. Ich will keinen Namen jetzt hier nennen, aber ich glaube schon, da ist noch einiges drin. Man muss ja auch schauen. Ich glaube, wenn wir auf die Schwerpunkte auf die kulturzyklischen Aktien legen, die immer noch teilweise sehr günstig sind, also wenn die Konjunktur wirklich kommen sollte, vierte Mal kalt gestartet, dann haben wir beim Zyklikern sicherlich nach wie vor hohes Potenzial. Und das können wir. Das ist Deutschland, die Zyklik. Übrigens auch in der zweiten und dritten Reihe. Und die Hightech-Werte auch wieder kommen, denn daran führt kein Weg vorbei. Sie sagen, daran führt kein Weg vorbei. Für Anleger also auch an den Aktien logischerweise nicht? Also sprich, was würden Sie denen im Moment raten, jetzt angesichts dieser vielleicht Sommervolatilität? Ja, mindestens Klassiker, regelmäßige Aktiensparpläne, ein bisschen Volatilität. Das ist das ideale Instrument. Man kann auch gerne, wenn man es möchte, sich mit Zertifikaten, Teilschutzzertifikaten da unten ein bisschen absichern über den Sommer. Aber ich würde den Bestand nicht verkaufen, weil einfach da wird das Geld reingepumpt, auch wenn es mit Stabilität nichts mehr zu tun hat. Das muss man immer wieder sagen, was wir hier erleben. Das ist der Tanz auf dem Vulkan. Aber der Vulkan bricht offensichtlich nicht aus. Der Stabilitätsvulkan in dem Sinne. Von daher muss man weiterhin Aktien haben. Also in gerade schwierigen Zeiten muss man Aktien haben. Denn das Renten sparen, wird ja immer schlimmer. Also über den Vulkan reden wir beim nächsten Mal dann weiter. Für den Moment, Herr Halver, vielen herzlichen Dank. Wir sehen. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick. Was ist gerade los an den Märkten? Jetzt zum Start in die Woche sah es ja beim DAX ganz freundlich aus. Gucken wir mal, ob es dann im Laufe der Woche so bleibt. Da steht ja doch einiges auch auf der Agenda. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.